Hallo und herzlich Willkommen zurück zu unserem Minecraft Let's Play. Hallihallo. Ja. Huch, ein Moment, geht sofort los. So. Jetzt bin ich auf den Backofen, jetzt vielleicht ein bisschen schneller. So ausbrüten und so meinst du? Ja, ausbrüten. What makes the cook in my ass? Ja, sozusagen. Sehr witzig, was man bei Google alles so lernt. Der Google Translator ist sehr teuer. Begabt. Daniel Düsentrieb, kein Geiler. Sozusagen. Gebt einfach mal Daniel Düsentrieb auf Deutsch ein und übersetzt es in der Englische. Dann gucken, was passiert. Achso, wir könnten auch... Was ist denn hier los? Spinni! Spinni! Die hängt in der Wand. Die hängt in der Wand. Nein, du wirst schnell. Wollen wir mal ein bisschen Eisen suchen gehen? Ja... Papa, facken wir die noch mal? Ich hab 60 noch bei. Wie entschiebst du mich? Alk, lass mal Licht machen. Ah, guck mal, das Eisen! Ha, so schnell geht's. Jetzt... Schickst du mir den Buben unter den Füßen mit? Ja, hier jetzt noch weiter, oh Gott. Oh oh. Traum ich nicht? Hm, was machen wir jetzt? Lass mal, warte mal. Hier einfach lang Raum. Da ist Kohle! Und da ist ein Creeper! Und da ist... Und da ist... Nochmal Kohle! Und da ist... Nochmal Kohle! Ey, da war grad eh mal Licht! Genau da! Nein! Er ist tot! Er ist voll ausgegangen! Ey, Steine! Gold! Jetzt! Wurz! Ja, er sahnt dir alles ab! Scheiße, ey, da ist runtergefallen. Entschuld'n! Quaeng! Oh, da ist noch ein Creeper! Wollen wir uns den schnappen? Aber da sind wieder zwei! Das, was wird's? Ohne zu sterben? Ich hab Eisen gefunden! Huah! Huah! Ja, komm! Zu mir! Na, seid ihr runtergefallen? Huup! Ping! Ich baue hier erstmal die Cola ab! Wisst' ja jeder mag Kohle! Kohle ist aber gut! Dauert es noch mehr Gold? Na gut, Gold finde ich jetzt aber irgendwie nicht so wichtig! Muss ich sagen! Baut das Eisen ab! Boah! Drei Creeper! Was ist hier los? Was? Hast du das gesehen? Ich hab den Feuer an dir vorbeifliegen sehen! Ey, die Creeper, die fallen da runter! Das fallen ins Wasser! Das sah fast wie eine Monsterfalle! Ist doch total geil! Ey, ich hab grad ein bisschen erschrocken! Da kamen auf einmal drei Creepers an! Ich hab gemerkt! Ich hab gehört's vor allem nicht! Alter! Hab ich gezuckt! Ich hab leider nicht gesehen! Ey, du! Ey! Ich hab mich selber nicht gesehen! Na, sag mir mal einen! Mal gucken, was hier noch so ist! Hallo! Hallo! Ey, ich bin da fast runterfallen! Da steht ein Skelett! Boah! Tatsam! Eisen! Du beschützt mich einfach mal, würde ich sagen! Und ich baue hier halt ab! Da steht ein Seis! NaH? Nein! Was ist denn hier los schon wieder? Was ist denn hier los schon wieder? cool jetzt ja wieder die da ist ein dungeon hoch sorry jetzt hier ist ein dungeon hier ist ein dungeon da ist auch ein creeper da ist ein monster ich höre ihn jetzt ist dunkel hilfe los dunkel dachte ich sterbe jetzt geile sache hier könnte man sich ein monster fallen in den keller bauen wo sind wir eigentlich in welcher höhle nein er hat uns das gold freigekriegt ja ich wollte es gerade sagen ist gold lohnt sich ja schon fast brauchen wir so einen blauen scheiß hier bauen krempeln alles mit nehmen da weiß ich gar nicht wofür lapsius lapius müssen wir uns merken die monsterfalle wir können wir stehen den rennen bauen und noch mehr eisen und noch mehr eisen 16 stück in der monsterfalle stehe gerade warte mal kurz muss man ganz fix hier so weiter jetzt jetzt machen wir den kremp hier beiseitschieben hier um ja wenn du dann soweit bist ich geh schon mal zur kohle hier und baue die kohle ab da habe ich schon nicht gemacht habe ja schlag mich nicht diesmal nicht eisen oh was ist denn da naja feine kühe von oben da ist ja geil kühe ne creeper ach so was ist denn da oben vorne sind wir gekommen stimmt da oben sind wir her gekommen ja da drüben ist gold ey guck mal da ist ein creeper vor unserer nase ja unten im wasser ich höre ihn planschen ich habe ihn getötet ich brauche nen bogen ey was brauche ich ja aber wir haben ja eh keine pfeile weil wir keine hühner haben und auch keine fehler was ist da los wo sind die hühner lava eisen gold ich will das eisen noch mehr eisen lohnt sich jetzt schon fast hier die erkundungstour und das gleich um die ecke eigentlich vor der tür oh weißt wie viel gold da unten ist sie und diamant nebst wir sind schon recht weit unten im berg drin also hier könnte es wirklich falsch leben bist du weiter unten oder ja ich bin ja weiter drin ich habe so viel zeug gefunden fahr weiter ich bring das einfach mal alles mit kohle 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 nein wir wollen erst mal keinen texte klauen oder nee ah das ist uah so ein orto ich habe sogar einen aimer mit ich kann sogar einfach mal ein bisschen dingens für portale machen ist auch nicht schlecht da fällt die ganze kohle in die lave ne hast du ja teilweise hast du auch äh diamantenhack dabei wir haben doch noch keine diamanten erfunden hier ich will ja ein portale bauen aber vielleicht vielleicht einen haben wir mal erfunden aber dann deswegen halte ausschau hier ist gut hier ist redstone hieß das redstone da schon so lange nicht gespielt kohle 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 es entspann ja schon einmal commerce hier kann man schöne situation Houston was7 dort ist dtd na ja ich sollte erst mal ein bisschen so fast dabei nicht schon jetzt so nicht vorbereitet der jetzt schon wieder läuft der andere gang hier war genau gott wie weit hat hier schon wieder geht und gold und eisen alles finden wir wieder raus aber selbstverständlich hoffe ich doch mal ich bin gerade im mineralienrausch so zu sagen hier ist so viel schöne zeug ich weiß es auch nicht irgendwo hoch wie da hinten da wo die fackeln sind hey gold hast was veressen was wie das gold schön gold eine rüstung bauen und sagen hey wir sind die goldenen ritter naja könnten wir machen weil wir könnten es tun aber eine rüstung würde ich auch gerne mal langsam haben zurzeit naja mien ist irgendwie tot keine ahnung hat er noch nie eine könnte diamantenrüstung haben also farm für mich diamanten da wo bist du ran kann rumgerannt danke da hinten bist du tausend tonnen von kohle und eisen da lag noch was so ich gehe mal um die richtung aber eigentlich fertig hier über 40 eisen schon und kohle über ins deck geht schon so langsam voran nein verdammt nein ja reicht hier ich bin hier links jetzt rum ich weiß ja nicht wo du schon wieder bist ich brauche mir eine brücke zum gold aber ich finde die feldtuche aber ich glaube ich würde alles haben ich würde alles haben hui Licht an äh nicht aus boh an oder ich würde mich ja gerne gerade mal durch die gase durch die lava schlängeln muss ich sagen ich habe irgendwo schöne schätze also auf der höhe könnte diamanten geben laut guides falls sie stimmen ist gestorben noch nicht aber gleich meinst du aber ich sehe die menge von diesen komischen obsebien oder wie das heißt genau obsidian da ist kohle schade warum sind keine diamanten wenn man hier schon lebensmütig sich hier durch die lava kämpft aber wie viel lava hier ist alter das lobst du nicht wenn du das nicht siehst unten oder wieder oben unten wo bist du denn da unten das ist irgendwie da hinten mal wie tief die lava hier sein muss ich glaube ich habe schon eine neue höhle gefunden ich glaube ich habe schon ein paar